Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schön windig, aber der Himmel ist richtig schön. Ich muss gleich los, bin ja auch schon in Bandmontur, musste mich gleich los, haben nämlich einen Auftritt in der Universität von Wien. Aber ich habe was gemerkt und zwar ein Jahr ist rum. Ein Jahr ist rum. Genau vor einer Woche, also Montag vor einer Woche, habe ich angefangen wöchentlich zwei Videos hochzuladen. Ich habe es nicht immer geschafft, dass es immer pünktlich am Montag und pünktlich am Donnerstag kam. Aber ich habe es geschafft, immer zwei Videos pro Woche. Und darauf bin ich ehrlich gesagt ziemlich stolz. Das ist schon eine Menge Arbeit und vor allem eine Menge kreative Arbeit. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, steile ich mal so ein paar Best's auf aus dem letzten Jahr, was so passiert ist. So meine Lieblingsvideos, meine Lieblingsszenen, mal alles so in einem Video und teile sie noch mal so als Rückblick, was alles in diesem einen Jahr passiert ist. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Auftritt. Ich finde ihn auf jeden Fall. Und hau dich auf dem Tisch. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. And you'll be on your own I had a dream We were back to seventeen Summer nights, little jeeps Never growing up Hey, I just met you This is crazy But here's my number So call me maybe And all the other boys Try to chase me But here's my number So call me maybe Yo, yo, Felix Oh, Asturias, que dos? Hey! Hey Leute, wir sind jetzt in Argentinien Hey Leute, was geht heute mal? Ein etwas traurigeres Video Denn der große Moment ist soweit Ruven wird heute das letzte Mal im Studio sein Oh, alles muss ich sehr gut machen, ganz genau Ah, genau Du stehst du Ducks away Tiare, imus nevendu mit dir Zahra auf jeden Fall Du bist jetzt in Argentinien J grad und scht幅 Nee! Ah das mal Auf jeden Fall! Das war's. Und jetzt seid ihr gekommen aus Montevideo hierher, für den Auftritt. Daivino. Tendemos que hacer una poteja. Si, y allá uno Marshall pero con dos cabezales Marshall. Si. Das war's. Das war's.